Herzlich willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüezi. Bernhard, du hast drei Gläser Champagner auf dem Tisch. Ganz genau. Heute geht es nicht um einen Tipp, sondern heute geht es darum, dass wir Merci sagen. Und drei Gläser aus diesem Grund, weil eine wichtige Person natürlich fehlt. Adrian, komm doch schnell. Komm zu uns. Das ist Adrian. Grüezi sich miteinander. Das ist der Mann hinter der Kamera, der alles geschnitten, die Regie hat geführt, alle Special Effects hat eingebaut. Und das, was wir euch präsentiert haben, jetzt in den 23 Törchen, wenn man so will, hat möglich gemacht. Adrian, und ihr Barbara, ganz herzlichen Dank. Danke auch euch beiden für die Zusammenarbeit. Es hat riesig Spass gemacht. Und wir hoffen, euch macht es auch ein bisschen Spass oder könnt ihr das auch brauchen. Du, es ist der 24. Willst du anstossen? Oh ja. Nein, es ist höchste Zeit. Ja. Prosti. Gesundheit, Bernhard. Ganz herzlichen Dank. Gesundheit, Adrian. Adrian, Merci. Gesundheit. Tschüss miteinander. Schönen Feiertag. Gut. Das ist gut, hm? Mmh. Super. Mmh. Das können wir wiederholen. Ganz fein. Gell? Ja. Ja. Das ist ganz gut. In dem Sinn haben wir das gut gut gemacht. Noch ein Schluck. Das hat uns jetzt eigentlich verredet, dass wir nochmal kommen. Ja, aber das ist eben jetzt nicht passiert. Ja. Ist das mal blöd? Aber wir hätten noch etwas. Hättest du noch etwas? Und zwar? Das zeigen wir jetzt noch. Ah. Ademiteinander. Okay. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zu unserem Kalender. Wenn ihr mal zur Massage geht, es gibt ja so Punkte, wenn man die drückt, in die unheimlich weh. Huren weh. Und ihr erfahrt viel schneller, was euch Hund will. Seid ihr auch ab und zu antriebslos? Hät ihr zu wenig Energie? Ah, ihr schon. Gut. Sorry. Ja, ihr... Ich muss auch schnell drauf schauen. Sorry. In dem Sinn, bleib gesund. Und bis zum nächsten Kalendertyp. Kalendertyp! Es ist noch ein bisschen. Das war's für heute.